Brugkabel AG Tätig in den Bereichen Energie, Industrie und Telekommunikation ist Brugkabel AG mit 650 Mitarbeiter einer der führenden Kabelhersteller in der Schweiz. Vom 550 kV Hochspannungskabel über Niederspannungskabel und Baustellenversorgung bis zum Glasfaserkabel bietet Brugkabel AG das gesamte Produktsortiment für Signal- und Energieübertragung. Bei der Entwicklung und Produktion der diversen Kabel wird auf Erfahrung, Wissen und Technologie gesetzt. Es wird laufend in Anlagepark investiert. Die Qualität der Produkte wird während jedem Arbeitsgang durch Selbstprüfung, Prozessüberwachung und Kontrollen sichergestellt und sie wird garantiert durch Verwendung von hochstehenden Materialien und modernen Produktionsverfahren. Darum deckt das Unternehmen die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe wie Stadtwerke und regionale Energieversorgungsunternehmen voll und ganz ab. In der Industrie werden hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Robustheit der Kabelsysteme gestellt. Die Brugkabel AG bietet das Wissen, die Produkte und das Systeme, die dem 100% gerecht werden. Wir sind ein traditionsreiches Schweizer Unternehmen, sie sind mehr als 100 Jahre hier am Standort Brugk tätig. Wir sind stolz auf unsere innovativen Produkte und Technologien, mit denen es uns immer wieder gelingt, an der Weltspitze mit dabei zu sein. Das Unternehmen verbindet Tradition mit Innovation und Technologie. Ihr Name steht für Schweizer Qualität. Wichtige Aspekte sind nicht nur die Zufriedenheit der Kunden und der Qualität der Produkte, sondern auch die Umwelt. Es werden umweltschonende Technologien und Materialien eingesetzt und den sinnvollen und sparsamen Einsatz von Ressourcen gefördert. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden werden massgeschneiderte Systemlösungen entwickelt. Immer auf der Suche nach innovativen, flexiblen und modernen Lösungen für die verschiedenen Bereiche. Brugkabels – well connected.